Nach meinen Videos zum allgemeinen Aufbau des Pferdentrainings, also Winkel, Gerade, Ansatz und so weiter, folgen nun Specials zu bestimmten wichtigen Aspekten des Trainingsaufbaus. Aber zunächst das Intro zu meiner Person. Ich bin Ute Falscher. Seit über 20 Jahren starte ich mit meinen Terrien auch bei überregionalen Prüfungen. Ich biete Einzeltraining an, aber auch Pferdenseminare. In meinem Trainingsbuch Pferdenarbeit findet ihr alles Wissenswerte rund um die Pferdenarbeit, den Trainingsaufbau und auch Korrekturmaßnahmen. Doch nun zum Thema Suchverhalten und Suchtempo. Das Suchtempo sollte nach der Prüfungsordnung gleichmäßig sein, also nicht schneller oder langsamer werden und das Suchverhalten intensiv und mit tiefer Nase. Ich zeige euch im folgenden Sucharbeiten verschiedener Hunde und kommentiere ihr Verhalten und zeige eventuelle Korrekturmaßnahmen auf. Dieser kleine Border Terrier hat ein relativ flottes Tempo und ist etwas unruhig. Er wird auch immer wieder etwas schneller, was natürlich zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit führen kann, besonders an Gegenständen und den Winkeln. Im Gegensatz dazu sucht dieser Border Terrier sehr ruhig, sehr konzentriert und mit einem gleichmäßigen Tempo. Das Verhalten von diesem jungen Labrador sieht man häufig, wenn ein Hund sehr, sehr übermotiviert ist. Die Hundeführerin versucht ihn langsam zu bekommen, aber dies provoziert einen Widerstand vom Hund, den man hier deutlich sieht. Wir versuchten zunächst sein Suchverhalten zu ändern, indem wir die Geraden nicht als Geraden gestalteten, sondern kurviger, sodass der Hund den Verlauf der Gerade nicht schon vorher wissen konnte. Das war erfolglos. Dann versuchten wir durch einen nicht konstanten Zug an der Leine das Verhalten zu ändern, indem wir sobald der Hund am nächsten Leckerli stehen blieb, ließen wir die Leine locker und erst wenn er wieder sehr schnell wurde, dann blockierte die Hundeführerin die Leine, aber auch das funktionierte nicht. Bei diesem Hund hatten wir einen großen Erfolg durch andere Leckerli, die der Hund unbedingt fressen wollte, sodass er von sich aus begann zu bremsen, was man hier sehen kann, um jedes Leckerli zu bekommen. Also wenn euer Hund zu schnell ist oder auch die ausgelegten Leckerli mehrheitlich überläuft, dann sucht Leckerli raus, die der Hund besonders gern mag und die er leicht aufnehmen kann und ohne zu kauen essen kann. Häufig beschleunigt ein Hund auch direkt nach einem Winkel oder dem Gegenstand, weil der Hundeführer meistens die Trainingspferde so legt, dass es dann gerade ausgeht. Das beste Mittel, sobald ihr es merkt, dass der Hund beschleunigt ist, die Pferde so gestalten, dass sie immer wieder für den Hund überraschend ist. Also ein Winkel gleich nach dem Gegenstand, eine Kurve gleich nach einem Winkel, ein Leckerli oder sonst irgendetwas, das die Aufmerksamkeit des Hundes fordert. Dieser Beagle hat normalerweise ein gleichmäßiges Suchverhalten, wenn auch nicht mit ganz tiefer Nase. Im Gegenwind allerdings beschleunigt er sehr stark und die Nase ist weiter oben, genauso wie dieser Mally, der in hohem Bewuchs die Nase deutlich nach oben nimmt. Wenn dieses Verhalten schon so ausgeprägt ist, ist es schwer dem entgegenzuwirken. Deshalb ist es sinnvoll, von vorne herein die Pferden so zu legen, dass sie immer wieder Elemente beinhalten, die für den Hund nicht vorhersehbar sind. Sodass er gar nicht auf die Idee kommt, dass er weiß, wo die Pferde hinführt und immer die Nase einsetzt. Das Wichtige ist allerdings immer, dass ihr genau wisst, wo eure Pferde verläuft, auch wenn sie mal kurz nach rechts, nach links einen Winkel oder irgendwelche Schikane beinhaltet. Und so lehrt man den Hund von vorne herein am Gegenstand das richtige Verhalten. Loben mit Leckerli bestätigen. Kurz mit Leckerli ablenken und ein Leckerli in den ersten Schritt nach dem Gegenstand legen. Verhindern, dass der Hund das Leckerli nimmt. Sicher heben, Hörzeichen zu und weiter geht es. Und nun zum letzten Punkt in diesem Video. Der Hund hebt den Kopf, weil er abgelenkt ist. Wie hier bei diesem kleinen Border Terrier. Und gerade bei großen Prüfungen, bei denen der Pferdenleger und der Leistungsrichter und der Mannschaftsführer im Gelände sind, sind die Hunde sehr herausgefordert, nicht den Kopf zu heben, weil es eine ungewohnte Situation ist. Also trainiert auch das nicht nur Begleitpersonen direkt am Hundeführer im Training, sondern auch Personen, die mitten im Feld herum stehen. So, das war es für heute. Viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr ein intensives Training mit eurem Hund im Einzeltraining bei mir haben wollt, oder ein Pferdenseminar veranstalten mit mir als Trainerin, dann meldet euch einfach und wir machen einen Termin aus.